Moin und Hallo! Moin! Wir sind für euch in Hamburg-Wandsbek und möchten von Weinsberg den Carabus 600 MQH unter die Lupe nehmen. Das ist das Gegenstück zum Knaus Boxstar 600 Street XL. Aber der Wagen ist über 6.000 Euro günstiger. Lohnt sich das Geschäft? Wir nehmen es unter die Lupe. Bleibt dran! Ja, viel Spaß dabei! Hamburg ist laut! Die Bettenmaße, wir haben eine Länge von 1,94 m, am Kopfende 1,52 m und am Fußende 1,40 m. Jetzt klappen wir das Bett zusammen. Einfach hier rüber, zack, den Lackenrast. Jetzt nehmen wir uns das Band. Jetzt muss ich das da durchführen. Oh, das ist so blöde, gekringelt. Ich kriege eine Krise. Weißt du was, ich klote mal kurz. Das hält auch schnell. Das dauert uns jetzt zu lange. Zack! Fertig! Buff! Aus! Können wir rausnehmen. Stell ich zur Seite. So, wunderbar. Oh, da habe ich einen Platz. Ich kann hier so durchgehen. Schau mal, was ist da unter der Klappe? Oh, Elektrik! Ah, die Elektrik! Da schauen wir schnell mal rein. Guck mal, setzt sich immer mehr durch. Wir haben hier auch einen Booster, Ladebooster, Ladung der Bordbatterien während der Fahrt. 12 Volt und 25 Ampere Ladung. Alle Sicherungsbereiche sind schön aufgeräumt. Links CWE mit Zugang zu dem Sicherungsblock. Das Netzladegerät haben wir hier. Und rechts daneben kommt dann nochmal die 230 Volt Einspeisung mit Fi-Schutzschalter. Ein Heizungsausströmer. Noch ein Heizungsausströmer. Licht haben wir hier. Nora, und dann interessiert mich natürlich, was sich hinter der Klappe nach unten befindet. Da kannst du eine Spundwand rausnehmen. Nach oben ziehen. Nach oben ziehen. Und dann zu dir. Moment, Moment, das muss ich nochmal. Ja, habe ich. Wunderbar. Und da sehe ich doch schon eine Aufbaubatterie. Eine Banner AGM Aufbaubatterie. Und hier ist genügend Platz, um locker eine zweite Batterie verbauen zu können. Und noch schöne Stauraum. Genau. Auf der Beifahrerseite befindet sich der Frischwassertank. Oben ein Heizungsausströmer. Und unten am Frischwassertank haben wir eine richtig schöne Armatur zum Tank ablassen. Und im hinteren Bereich noch ein offen zugänglicher Stauraum und die Stauraumbeleuchtung. Klar, dann haben wir noch einen Gaskasten. Für zwei 11 Kilo Flaschen. Ah, Frischwassertank von oben. Im Vordergrund die Reinigungsöffnung. Hinten könnt ihr die Anschlüsse für die Tauchpumpbar kennen. Du, wo ich gerade hier hinten stehe, habe ich ja einen schönen Blick auf die Beleuchtung. Was sind das? Zwei Touchspots? Ja. Eine Ambientebeleuchtung, durchlaufende LED-Leiste auf beiden Seiten. Die auch oben. Und auch über den Schränken, ja. Das ist die Ambientebeleuchtung. Einmal oben, unten, hier im Küchenbereich ist der Schalter. Okay. Die Türöffnung ist vom Bett erreichbar, da hier genügend Spielraum zwischen dem Lattenröst und dem Türgriff vorhanden ist. Was ich cool finde, das sind die kleinen Lautsprecher und hier hinten haben wir noch eine 230 Wollsteckdose. Ja, weiter geht's. Ui. Hier kommt ja gleich noch ein Bett. Hier kommt ja gleich noch ein Bett. Das muss ich erst mal auf mich wirken lassen. Also ich sehe schon, da oben sind noch Spots. Von wo werden die bedient? Auch vom... Ich denke vom Bett aus. Ah, okay. Und dann nachher vom Bett aus, das sind dann die Leselampen, ne? Kopfende, Fußende. Ach, das sind wieder Touchspots, ne? Das sind wieder Touchspots, ne? Ja. Dann sehe ich eine sehr aufgeräumte Elektrozentrale mit vielen Lichtscheltern. Das schauen wir uns mal an. Ah, das ist Küchenbereich und das war hinten, ne? Das war hinten über dem Bett. Die Ambientebeleuchtung. Ja, und hier haben wir das Anzeigenpanel, die einheitfähige Steuerung der Tumorheizung, USB. Und hier unten? Oh, das ist ja klasse. 230 und 12 Volt. Ja, alles da. Super. Super gemacht. Aufgeräumt. Alles an einem Platz. Gefällt mir. Haha. 2,38 Meter hoch. Komm ich nicht rein. 2,38 Meter, ja. Hammer. Ja. Von hier sehe ich schon Kurbelheki im Heckbereich und ein zweites Kurbelheki hier vorne über dem Hochbett. Ja. Kurbelheki macht mir Spaß. Ja. Seitenfenster, aber das Bett schauen wir uns ja gleich noch an. Mhm. Das ist aufgeräumt, das ist ordentlich verarbeitet. Ja, das sieht gut aus. Mit den Führungsschienen. Ja, ich bin gespannt, wie schwer oder wie einfach das Bett hier runterzufahren ist. Ja. Dann sehe ich hier überall an den Oberschränken sehe ich überall Allerente Beleuchtung. Ne, das war jetzt falsch. Zieht sich bis zum Heck durch. Hinten nochmal ein Heckfenster. Ja. Da kannst du lüften. Ja. Also richtig, richtig schön. Schwebenden Tisch haben wir. Und eine große Bodenluke unterm Tisch. Da steht auch kein Möbelbein drauf. Kein Tischbein. Und sehr dickes Material. Ja, die Platte hier. Sehr dick. Die Bodenplatte, ja. Ja. Zwei Heizungsausströmer unter der Sitzbank ist eine Beleuchtung und noch eine Steckdose in der Ecke. Das macht einen guten Eindruck. Hier, schau mal, wie dick die Platte ist. Ja. Das Podest ist beheizt. Lauter Heizungsausströmer. Da sehe ich einen Heizungsausströmer. Hier vorne sehe ich einen Heizungsausströmer. Das Podest verfügt auch über eine Ambiente Beleuchtung. Noch mal ein Heizungsausströmer. Hier vorne ein Heizungsausströmer. Eins, zwei, drei, vier, fünf Heizungsströmer im vorderen Bereich. Wahnsinn. Jetzt gibt es doch so ein Gimmick mit der Sitzbank. Das habe ich doch schon gesehen irgendwie. Hier ist eine Aussparung. Hier gibt es etwas zum Entriegeln. Das drücke ich mal hoch und kann ausziehen. Und je nachdem, wie man möchte, denke mal, kann man sich das auch... Ja, kannst du das Polster noch einlegen, ne? Und man hat mehr Platz mit zwei Personen hier, ne? Oft ist doch die Bank immer ein bisschen eng. Ja, also ich sitze hier auch sehr bequem, muss ich dir sagen. Ja. Aha, da. Ja, und den kann man auch nur verbreitern. Das wackelt natürlich am Ende. Ja, ne? Ohne Tischbein ist dann doch ein bisschen... Das ist eine immense Hebelwirkung, ne? Ja, ja. Finde ich auch gut. Dann haben wir, wenn ich da einsteigen darf, ich sehe wieder zwei Spots. Und eine Ambientebeleuchtung, ne? Beleuchtung hier. Hm. Zwei Ablagen. Da passt meine Knautschtasche schön rein. Wir haben ja hier vorgehängte Fenster. Vorgehängte Fenster. Und mich interessieren dann auch mal die Rollos. Das Rollosystem, die kommen beide von oben. Rollo. Wir haben einmal hier Insektenschutz und Sichtschutz. Und wie wird das unten gestoppt? Achso. Warte. Einfach so. Runterziehen. Ah. Und wie rastest es aus? Nach unten. Alles klar. Nach unten. Nach unten. Nach unten. Nora, das wollte ich doch sehen. Dankeschön. Oh. Da geht es wieder hoch. Ah. Herrlich. Ich sitze auf der Bank. Bank, Bank, Bank. Ah. Was ist unter der Bank? Genau. Das schauen wir mal nach. Ich schiebe das mal zurück am besten. Soll ich mal die Polster entfernen? Nein, das brauchst du nicht. Brauche ich nicht. Du hast nämlich eine Seitenklappe. Ich kann das von hier aus sehen. Da habe ich eine Seitenklappe. Ah, ja. Gut. Da schauen wir rein. Hier vorne, diese Schlauchverbindung, die kleine blaue, die ihr sehen könnt mit den beiden Hähnen. Das ist die Vorrüstung für einen Wasserfilter. Der Wasserfilter wird zwischen den beiden Hähnen per Stecksystem eingebaut. Dann habt ihr einen Frischwasserfilter. Dann sehe ich zwei Gasabsperrventile. Das ist einmal zum Kochen und einmal für die Heizung. Und da in der Tiefe verbirgt sich die Gasheizung von Druma. Verbaut ist eine 6 kW Heizung. Unter der Sitzbank gefällt mir immer. Die Wege ins Fahrerhaus für die Wärmeleitung sind dann schön kurz ausgelegt. Ich gehe mal nach vorne und muss mir die Verdunklung anschauen. Das ist Remi. Ja, genau. Das ist das übliche. Remi und Anne. Remi fällt. Genau. Ja. Ja. Wie wir es kennen. Ich möchte mal schauen, wie die ganze Sitzgruppe von hier aus wirkt. Das ist großzügig. Ja. Das ist schon Hammer. Hier vorne sind vier Fenster. Ja. Rechts, links und zweimal oben. Ja. Überall viele Fenster. Ja. Also das. Schön. Jetzt bin ich auf das Hochbeck gespannt. Oh. Oh. Das geht leicht. Das geht ganz, ganz leicht. Ist ja scharf. Wie komme ich da hoch mit der Leiter? Du, bevor wir nach oben gehen, ne? Ja. Uns das oben anschauen. Was mir jetzt schon mal auffällt. Du bist 164. Du kannst da schön drunter stehen. 172,5. Das geht. Ja. Und du hast auch noch den vollen Zugang zur Schiebetür. Ich habe den Zugang zur Schiebetür. Oh. Hier ist die versteckt, die Leiter. Ah. Muss ich rausheben. Mal ankippen. Ah, nee. Und den Schrank öffnen. Jetzt habe ich. Mhm. Ja, gut. Sehr schön. Weil die ist jetzt hier drin. Wir sind ja doch ganz schön lang bei der Höhe, ne? Ja. Und was haben wir? Ein kleines Problemchen. Ja, ich habe jetzt ein Problem nach hinten zu kommen. Wir nehmen dann die Leiter wieder weg. Ich kann die ja dann nach oben nehmen und dann kannst du nach hinten. Ja, mach es mal nicht so kompliziert. Mach nichts. Es geht einfach darum, dass mir das gerade auffällt, dass die Leiter den Durchgang versperrt. Kriegen wir doch alles hin. Wie fühlst du dich da oben noch? Gar nicht schlecht. Datsch. Ich mache sie aber mal aus. Das blendet mich gerade ein bisschen. Schön Luft. Oh, das finde ich natürlich gut. Dadurch vergrößert sich das natürlich hier nochmal, wenn ich die ganz auf mache. Oh, super. So, jetzt muss ich hier auch mal öffnen. Eins, zwei, drei, vier, fünf Verschlüsse. Und dann kann ich auch hier noch öffnen. So, steht. Mehr Sternenhimmel geht nicht, ne? Nee. Hier geht es einfacher. Da drunter ein Lattenrost. Okay. Ja, das ist wunderbar. Ja. Gibt es vorne am Fußtal eigentlich auch ein Lattenrost oder was Erwähnenswertes? Ah, du hast richtig geahnt. Hier ist kein Lattenrost am Fußende. Aber das empfinde ich jetzt, weil wenn ich ja hier mit dem Kopf schlafe, bin ich mit dem Hintern. Ja, ab Becken nach oben Richtung Kopf. Da ist es schon schön, wenn man Lattenrost hat. Auf jeden Fall. Keine, keine Freude. Eine Geschichte wollte ich noch wissen. Wir haben hier 54,5 cm. 54,5 cm Höhe. Mhm. Ja. Fühlst du dich beengt oben? Es ist ein bisschen knapp, habe ich das Gefühl. Also ganz ehrlich, das könnten so fünf, sechs Zentimeter mehr sein. Wir schauen jetzt von oben auf die Schränke. Ja. Also das kann man auch noch gut nutzen. Decken, Handtücher oder dergleichen, Bettwäsche. Ja, aber mit dieser niedrigen Rüttelkante, das fällt ja schnell raus. Weißt du, was ich da cool gefunden hätte? Netze. Entweder Netze oder noch Schranktüren, Klappen. Ja. Fahr ja schon mal in so einem ähnlichen Fahrzeug und da weiß ich, dass ich nicht reingucken konnte von unten, weil ich zu klein bin. Und auch an das Fach komme ich von unten, also ich nicht dran. Oh ja. Na gut, der Wagen ist ja nicht gerade niedrig, ne? Okay. Ich komme mal vorwärts runter. Ich halte mich hier fest. Geht. Hier in die Nische. Langsam, langsam, langsam. Ich habe es. Super. Hängt. Eingehakt, okay. Aber ich würde hier irgendwas zwischenklemmen, das rattelt. Ich würde hier es irgendwie polstern. Mit einem Stück Schaumstoff oder so. Also ich kann hier stehen unter der Dachluke. Ja, wunderbar. Hier überall haben wir schön Luft. Ablagefach, das hattest du von oben gefilmt. Hier ist noch ein Ablagefach. Dann können wir nochmal in die Oberschränke schauen, Nora. Ja. Machen wir. Ja, die sind gut groß. Hier oben nochmal. Im kleineren Bereich und hier unten. Ich muss nur die zu machen, sonst kann ich nicht zwischen den Klappen stehen. Ja, viel Platz. Ich sehe gerade noch was. Sagen wir mal, dieses hier wäre die Kopfseite. Ja. Die auf der Küchenseite. Dann hast du ja hier oben noch eine Buchablage. Und rechts ist noch eine USB. Ja. USB, stimmt. Also Steckdosen habe ich hier reichlich und gut gesehen. Und hier auf dieser Seite sind ja auch die Touchspots. Genau. Das macht natürlich Sinn, das als Kopfseite zu nehmen. Zumal das auch die breitere Bettseite ist. Ja. Küche. Klar, dann schieben wir aber das Hochbett wieder ein. Stimmt. Also das geht sowas von leicht. Oberschrank über dem Kühlschrank. Ja. Viel Platz. Schön. Tücher. Ja, gibt es nichts weiter Erwähnenswertes. Interessanter wirkt da auf mich schon der riesen Kühlschrank, ne? 150 Liter. 150 Liter. Wow. Ein extra Getränkefach. Ja. 30 Liter Froster. Oben hast du das Gefrierfach. Ja. Dann kommt die klassische Kühlschrank Ebene mit den Fächern. Und da unten, wow. Nur für Getränke. Das ist ein Getränke oder Auszug. Ja. Hammer. Ja. Hammer. Kompressor-Kühlschrank. Kompressor-Kühlschrank, genau. Jetzt möchte ich doch hier nachschauen. Gekocht wird mit zwei Flammen. Automatische Zündung. Gut. Ich würde es mir ein bisschen größer wünschen. Schubladen. Drei große Schubladen. Ich gehe mal ganz schnell. Nee. Ein Klappfach. Unten ist ein Stauraum. Ah, hier. Jetzt noch mal Schubladen. Schubladen. Und Schubladen. Ah, Besteck. Viel Platz. Da ist mir was aufgefallen. Was ist dir denn aufgefallen? Ist kein Softclose. Nein, kein Softclose. Nein, kein Softclose. Das Badezimmer interessiert mich jetzt. Ja, man muss auf. Also man muss schon ein bisschen stärker drücken, um gegen den Griff zu kommen vom Oberschrank. Aber hier ist auch ein, ja wie nenne ich das? Das ist ein Türstopper. Türstopper. Eine Öffnungsbegrenzung. Nur wenn ich das Ganze aus Stoff mache, die dehnt sich natürlich. Und dadurch kann es passieren, dass die Badezimmertür mit dem Griff des Oberschranks und mit dem ganzen Kühlschrankblock kollidiert. Zum trockenen Licht. Ja, die hast du unheimlich lieb gewonnen, diese Garderobenschranks. Ja, ich finde die klappbare. Die hast du ja in vielen Autos inzwischen gesehen. Ja. Und das ist ja so ein Fanartikel von dir, ne? Ja. Und jetzt gehen wir den Dingen hier mal auf den Grund. Ich sehe die Ambientebeleuchtung rundum laufen. Mhm. Hier ist ein Spiegel. Gleich rechts. Hier haben wir ein riesengroßes Waschbecken. Ja. Das war jetzt ein bisschen ironisch, oder? Ja. Ablagefläche. Mit Musik machen kannst du auch. Gut. Ein Dresschen, das schiebe ich mal zur Seite. Da könnt ihr auch noch was verstauen, abstellen. Fenster. Fenster im Bad finde ich immer gut. Toilette. Was haben wir hier? Du hast dann auch die Möglichkeit, den Duschlauch nach draußen zu reichen. Ja. Stimmt. Oh, der ist nicht laut. Der ist nicht so 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 stark geriffelt, ne? Und hier oben kann man geduscht werden. Geduscht wird mit Duschvorhang. noch mal eine klappe noch ein schrank und am waschbecken da ist der duschvorhang ich hatte ja schon erwähnt geduscht mit dusch war und der wird an den seiten eingekleppt sieht es mit der armfreiheit auf der auf dem thron aus ja bisschen eng muss ich gestehen und ich kann jetzt so dann jetzt wenn ich so sitze und mich hier so ein bisschen über verlagere dann geht's die arbeitsflächen verlängerung muss ich euch noch sagen werde ich glatt vergessen und wieder zurück klappen vorsichtig mit den fingern und dann sehe ich von hier noch mückenplisee eine erleichterung finde ich um die tür zuzuziehen ist dieser die technischen daten ist schon wieder so ja ich schon wieder so weit das war unser rundgang länge 5 meter und 99 breite 2 meter und 5 höhe 3 meter und 8 in stehe höhe hatte ich schon gesagt 2 meter 38 frisch wasser tank haben wir ein volumen von 110 litern gefahren wird mit 20 liter fahrwasser ein abwassertank mit 85 litern die masse im fahrbereiten zustand beträgt 2870 kilo das war es mit den technischen daten bedingt durch die höhe steht bei mir an erster stelle das raumgefühl und der stauraum auf 5 meter 99 das ist krass dass das raumgefühl ist absolut krass was mich total erstaunt das sind die vielen luken und fenster und das licht was hier reinkommen ja sehr hell technische seite daumen hoch für den ladebooster 25 ampere ladung während der fahrt für die aufbau batterie wir haben platz für eine zweite aufbau batterie und jetzt kommen die dinge die wir besonders gut finden optional ist das fahrzeug mit einer dieselheizung orderbar und wir können auch als zusatzoption rahmenfenster bekommen finde ich gut wir haben die wahlfreiheit bei diesem fahrzeug diesel gas rahmenfenster vorgehängte fenster daumen hoch für weinsberg ja und die rahmenfenster kosten 741 euro imposant fand ich den 150 liter 150 liter kühlschrank und da kannst du ordentlich flaschen kühlen ja vor allem bier ja wie immer zum schluss die frage was kostet denn der spaß der grundpreis als 3,5 tonner mit 120 ps beträgt 46.000 und 490 euro das hier angebotene fahrzeug auch als 3,5 tonner mit 140 ps kostet ich hab's mir nicht aufgeschrieben aber da steht 58.625 euro danke gern geschehen was ich mir noch aufgeschrieben habe oder was wir uns raus gesucht haben ist der grundpreis das pendant also zu diesem fahrzeug ohne raumbad von knaus das ist der boxstar 600 street xl der kostet 52.590 euro mit 120 ps also wer jetzt nicht unbedingt den namen knaus auf seinem auto stehen haben möchte muss wie auch immer der kann hier locker mal über 6000 euro sparen ja ich habe mir auch 6.100 euro also beim grundpreis ja heute waren wir in hamburg nächstes mal wir wissen noch nicht wo hat es gefallen dann soll das nächste mal wieder mit dabei und verpasst keinen unserer clips und bis dahin habt eine super tolle zeit lasst es euch gut gehen tschüss tschüss